so leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen wie die training video ich will euch heute meinen stand sagen wir haben den zweiten neunten wir sind am spot der legendäre die gefährlichen catch us if you catch up ist wo du keine ahnung was bot also von stadt halt krank krank ja alter voll geil dritter war zu langsam alter ist es geil so dies sei jetzt fängt es leicht an zu niesen aber ist egal auch schön seine wheelies mit der sportler wir gehen auch bald ich nehme jetzt ein paar minuten auf einfach so dass ihr meinen stand wisst zweiter neunter ich will euch ja zeigen wie also ich will euch meine fortschritte zeigen und das ist schon echt ich bin stolz auf mich sind wir heute auch da okay das war ein bisschen fett auf die bremse aber das war schon hier war bis zu schrägen also was los mit mir what the fuck oh 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 Das war's für heute. Oh! 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 Ich hab dir mal das Moped wieder, gell? Oder willst du noch mal fahren? Nein! Jetzt schleift die doch endlich! Nein, ich schleif die heute nicht! So wie die sich fährt, schleif ich die nicht, alter! Ja, vielen Dank, Alter! Oh! 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 Es ist safe dein Lenkkopflager. Das ist dein Lenkkopflager, ich schwöre.